Das weiß keiner. Ich hatte bei Big Brother sogar eine Krankheit, weil ich habe mich in dem Container, wo es dreckig war, befriedigt mit den Händen und habe dadurch Bakterien reingebracht, dass ich mich wirklich befriedigt habe und hatte dann einen Pilzinfekt und musste jeden Tag mich eincremen. Bei mir ist es eigentlich absehbar, dass ich eine Geschlechtskrankheit habe, so wie ich krass rumgehurt habe und rumhuhre. Aber ich schütze mich, aber ab und zu auch nicht, da muss ich auch ehrlich sein. Wichtig ist natürlich Kondome zu benutzen. Manchmal macht man es nicht, weil man einfach besoffen ist und wer das Gegenteil sagt, ist ein Lügner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017